hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von southparks stick of true ja wir wollten hier unseren kollegen wollten wir hier holen jetzt habe ich den namen vergessen ist ja auch rillepup wir müssen erstmal hier ja genau das ist mir auch relativ wurscht wie viel erfahrung du in dem shoppingcenter oder sonst wo hat es wir haben uns die gasmaske bei jimbo geholt gehabt damit wir das pfefferspray nicht immer abkriegen ich komme ich jetzt in die steuerung wieder rein bei mir ist nämlich jetzt eine weile schon wieder her gott sein wenn die war verblinkt bla drücke sie ist gleich schon mal ein bisschen und blutungsschaden einmal das ist gut weil ich hier gleich mal ein bisschen wir machen das hier aus der sehndrauf gedrückt wow was das ist hart am bluten ich kann mal wissen wie viel wir jetzt machen wo nur 52 angewidert und blutung aber und dann hauen wir noch mal drauf weggekloppt ging doch ganz gut wie viel hat denn der knüppel zeige er mir genau und wir hatten ja das letzte mal schon prophylaktisch das super katana gold ich weiß wie kannst du es als level 14 benutzen aber hey ich wollte es haben und ich kenne mich ich vergesse das aber dreimal nö dann lassen wir hier unser krumm säbel der macht so ein bisschen weniger schön im einzelangriff aber dafür können wir dreimal angreifen finde ich besser dann können wir jetzt hier bestimmt auch wieder unser power käppchen warte mal fügedrehe rüstung stimmt bei unserer rüstung wichtig weil desto mehr schaden machen wir mit unserem säbel gut dann gehen wir rein hier ist noch eine tasche wow wiederbelebungstrank ist das nicht eher ein taco gibt es doch noch mehr oder auf dem holz splitter brauchen wir das so gucken ob wir noch nach rechts kommen das tor mache ich gleich auf oh sorry da fetzt das plastik schade ich dachte ich kann hier noch auf der gitarre umkloppen klosterbrudermütze nimm einfach alles so gucken wir noch mal kurz ob wir noch irgendeinen loot finden schimpokémon die guten alten schimpokémon gab sie nicht mehr sagen wir mal nein ich will doch da rüber ne ne ok dann gehen wir zu token los geh hoch geh hoch geh hoch was soll den weg muss ich lang ist ja auch kein wunder ich bin der neuer soll ich holen ich bin der neuer und ich habe hier einen brief verdicht wir können auch laufen du kannst gleich mit mir mitkommen guck mal da oben so kann ich gar nicht zielen okay dann haben wir das was war jetzt unsere neue aufgabe hat es immer noch gesehen hat es jemand du hast einen neuen freund token so was ist ein inventar ist mir jetzt egal die fähigkeiten haben wir keine punkte dafür sind wir auch nicht weit genug so was müssen wir jetzt machen kehre zu kartman zurück und erzähle ihm von deinen rekrutierungsbemühungen ach genau jimbo haben wir auch aufgaben gekriegt als wir das geholt haben schweinebeermann und der timmy express aber da fehlen nicht mehr viele fehlen noch bloß noch vier gut ne dann gehen wir zu kartmans haus hat noch hier ach guck mal hier siehst du hier war doch schnellreise war der gerade lang und siehst du ja überlegen sich mit wem sich anlegen naja besser ist für dich du fahr uns bitte zu kartmans house war ja nicht auch ins hier ist doch ins ich würde gerade sagen gerade sagen beim schloss war doch auch so ein schnellreise teil weltsoldiers reporten für duty grand wizard nice work douchebag now all my men are here and ready to fight for the wait a minute where's feldspar where's my level 12 thief hey yeah where's craig he's in detention what he flipped off the principal so he's in detention again oh my god if they've locked away our thief in detention we have no hope of getting back to stick of truth we have to break them out ah no way man last time we broke craig out of detention we all got in trouble getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take you have to break out our thief douchebag but don't worry i will not let you go unprepared i'm going to teach you how to use magic meet me at the training barracks it's time for you to learn dragon shout oh level aufstieg aufwertung verfügbar na das können wir doch machen fähigkeiten warte mal hier kann ich noch nicht machen was haben wir schon auf level 2 kann ich hier gleich gehen nochmal okay das könnte ich machen mache ich jetzt aber noch nicht ähm warte mal wir werden das jetzt mal aufheben zum Fall wir jetzt diesen was ist das ich will das haben nimm alles vielleicht können wir dann die fähigkeit gleich ein bisschen off level fight well douchebag but to truly succeed in combat you must learn to harness the power of your fights farting on an opponent at precisely the right time is key to battle i shall show you how it's done but first you must take the gentleman's oath you must promise to never ever fart on anyone's balls okay farting on an opponent is necessary but farting on someone's balls is not cool do you understand all right then let's begin your training to conjure dragon shout you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole like so then let it rumble inside you and dragon shout i'll show you one more time suck it in let it rumble dragon shout now you ready dragon shout find the frequency my god my god that was kurz vor meitscheißen aber es war schon gut could it be that the prophecies are true could it be that the dragon bone has come at last in our hour of need now let us try your skill on a real opponent hey hey princess canny could you come here okay shh don't tell him okay real quick princess canny sir douchebag wants to show you something all right you two spar sir douchebag show princess canny the magical powers i have taught you that was fucking hilarious that was fucking awesome oh okay good job sir douchebag that was sweet thanks princess canny that's all for now okay but dude seriously remember don't ever do that on someone's balls okay seriously you have master dragon shaft from now on it will be easier for you aha wie soll uns das bitte helfen kenny will assist you on your quest douchebag now go get craig while i rest and relax upon my throne oh kenny jetzt begleite okay so rekrutiere craig gehe zur schule also werden wir mal zur schule gehen können wir da gleich mit wird da schon was freigeschalten bei der schule waren wir schon bei der schule nee doch aber gucken wir können uns bis hierhin wenigstens bringen lassen von timmy war ein bisserl schneller da warte mal kann ich hier jetzt da lang gucken hahaha zu geil haha geil ich oh guck mal dann ist noch ein schön pokémon komm ich da hin denn ja wie komm ich denn schön pokémon ach guck ich ist unten in der kiste da ich nicht gesehen ist denn da irgendwo ein eingang zum hof ich habe den wirst nicht behindert building over there it's set have you tried tweet brothers coffee it's terrible but for some reason i can't stop drinking it euer kW hätte jetzt auch Bock na vielleicht eine aufnahmepause nochmal was denn hier los gibt mir alles was ihr habt blaue farbe was jetzt mir fällt gerade es auf da steht ja was jetzt hast du zwei begleiter die dich auf deinen abenteuern begleiten können drücke runter und zwischen den begleitern zu wechseln ah machen wir einfach mal wir testen mal Kenny oh wo geht es denn dahin mich da zum Sportplatz hallo hier war noch die goth kinnata 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 there's this cool old dude who sells clothes on the other side of town enjoy your find your own pit of despair god there's this cool old dude who sells clothes on the other side of town yes sir i see you only dove and gay you are a rodding corpse to me oh please what goth kid walks around in those clothes ok wir müssen aussehen wie sie nicht jetzt aber das sollen wir machen ich gehe jetzt einfach mal hier rein ok ist zu können wir nicht rein kommen wir hier nö schade ich dachte wir kommen hier vielleicht zum Sportplatz wo das schon Pokémon lag aber das war nicht so mocke mocke add mich ich bin dein Freund geh weg ja ich will sie werden zur Schule kann ich die jetzt eigentlich anfurzen aua 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 ich häng fest warte ja das war ich ha ok ok dann war das hier wirklich mit den Ratten die Ratten konnten wir anfurzen aber aber du bevor wir jetzt bevor ich jetzt hier wieder abschweife wir gehen jetzt erstmal unsere Aufgabe machen wa wo geht's dahin ach ich geh erst mal ich geh erst mal die Aufgabe vorher klopfen wir hier nochmal ein paar Leute weg wir brauchen Erfahrungspunkte damit wir irgendwann unsere Katana benutzen können ähm das da und ich würde gern mal was wenn deine Waffe blinkt oder drücke A für einen Angriff x für einen schweren angriff oder y für einen furz ich mal den furz probieren wow 87 nice und angewidert stimmt da übergeben die sich doch ne so dann machen wir nochmal wow angewidert ist er auch das heißt im effekt er hätte eh in der nächsten in der nächsten runde hätte er durchs angewidert durchs kotzen wahrscheinlich eh was verloren aber trotzdem ne Mensch kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern hier mit dem ganzen rumgefurz und dem angewidert und war ja es schon ein paar jährchen ne Craig this is detention mkay stop looking at your watch because you're here for three hours buddy mkay whatever now don't think your friends are gonna come bust you out this time Craig my name is Feldspar and I'm a level six thief and the humans will soon rescue me from this tower no your name is fucking Craig Tucker and you're in detention now start doing your homework mkay I've got all the doors sealed and I've got hallway okay wir werden ihn befreien craig wir kommen excuse me but school is out and no students on the premises until tomorrow at 7.30 a.m. wir werden hier einfach bis 7 ähm warte mal ich überlege gerade wir machen erstmal Anwiderung wow hat gereicht schon ich wisse nicht sind wir sind wir jetzt schon overpowered sagen wir mal oh god dammit here they come you're not getting out of detention i'll be out of here in 10 minutes was last da gib mir das oh was denn hier schönes aha 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 okay warte mal gibt es hier nicht auch noch trash zeig nö du wirst guck nicht dass hier noch irgendwas ist was ich mitnehmen kann ist hier noch irgendwas tolles okay könnte er senken was cooles ist was kann ich hier hier gegen kloppen okay crack wir kommen wir werden dich retten ist das hier kann ich das mitnehmen oh ich dachte ich könnte vielleicht das ding mitnehmen ich so was hier oben abschießen das ist jetzt so clever was was gibt es denn hier schönes Komm ich da jetzt durch? Nö. Wir haben wohl schon mal ein paar Kinder gegrillt. Das ist sehr vorteilhaft. Achso. Haha, warte. Bestimmt anfurzen, oder? Alter Schwede. Die Macht meines Hinterns. Was ist denn das da? Ah, Jim-Po, come on. Das ist auch wieder so ein blaues Ding. Konnte man sich denn... Ach, das wird bestimmt noch kommen hier mit dem... ...so die Teile benutzen kann. Bringt uns denn das was hier? Oh, dammit. Oh, dammit. Oh, miss. Okay, Glück gehabt. Feuer noch erwischt. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie macht denn hier unser normaler Angriff nochmal Schaden? Ja, wir müssen nämlich erst das Schild wegklappen. Los, gut, haben wir das gemacht. Was ist denn das? Magie. Aber das verballe ich jetzt nicht. Nicht für die paar Life Points da noch. So. Weggeknüppelt den kleinen Sack, du. Wirklich schon ein neues Level? Nö, wie viel EP brauchen wir denn eigentlich immer? Ach, da sieht man es gerade. Warte mal, Home. Da. Oh Gott. 248 von 450. Okay, es braucht noch ein bisschen. Schnell wird es nicht gehen. Wollen wir hier nicht... Schmackofatz. Nein, nein, nein. Geh weg, du bist frei. Wo soll ich denn jetzt ein Messingschüssel herkriegen, Mann? Oh, Entschuldigung. Das heißt, wir müssen... Wir müssen hier irgendwas machen. Okay, hat nichts gebracht. Wir müssen bestimmt rumgehen. Können wir hier nochmal? Nee. Hier ist ja auch zu. Müssen wir bestimmt rum. Nach links weiter. Jetzt ist es bestimmt offen hier, wa? Also, ich meine hier drüben links. Ist doch offen. Auch nicht. Hä? Irgendwas übersehe ich doch. Achso. Hä? Irgendwas habe ich übersehen. Okay. Gut, ich gehe jetzt nochmal hier nach rechts, weil irgendwas muss ich hier übersehen haben. Hier ist zu... Komme ich da oben ran? Muss ich da hinschießen? Neue Nachricht von Token. Nichts goldenen Schüssel, hä? Bin ich hier in irgendeinem Spind vorbeigelaufen? Pfff. Kommt ihr, Kinder? Telefon. Verstehst du nicht? Ich hätte jetzt irgendwas hier übersehen, sage ich mal. Achso, oh. Hier stand ja was. Um an manchen Hindernissen vorbeizukommen, benötest du Hilfe von den Begleitern. Halte LB gedrückt und wähle das Tool Begleiter befehligen. Und da... Okay, halte LB gedrückt und ziele mit L oder R auf den Begleitersinn drücke RT. Hallo, mach da nicht. Mach da. So, LT drücke ich. So, genau. Genau, habe ich auf dem Begleitersinn bedrücke RT. Ich check's nicht, das funktioniert nicht. Wenn ich RT drücke, aktiviere ich mein Furz. Hallo. Mach's doch. Ich halte LT gedrückt und ziele mit L. Soll er das jetzt machen hier? Hör da. Ach, mein Gott, ey. Aber das ist falsch, was die mir gerade gezeigt haben. Na, egal. Oh, wow. Boobies. Must touch. Boobies. Kenny, du kleine Schlampe, du. Aber genau deshalb lieb ich dich so. Was ist da? Äh. Kann hier irgendwas... Nein, 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 halt einen Moment. Okay. Können wir Sachen kaputt machen? Irgendwas noch? Oh, Käse. Oh, Käse. Ist da noch irgendwas, wo wir drauffeuern können? Oh, was ist das denn? Heilung. Müssen wir eigentlich auch mal gucken in unserem Inventar. Oh nee, wir haben jetzt zwei Dinger hier drauf. Ähm. Oh, warte mal. Zeige mal hier. Kloster mit zu tun. Oh, nee, ich brauche was mit Panzerung. Er braucht noch nichts mit Panzerung. Halt, Moment. Da war noch was von seinem Handschuh. Der hat nämlich... Ja, aber ich will da, ähm, ändern. Ist da nämlich noch nichts drin? Den Platz aussuchen. Okay, Angriff können wir noch nicht. Hier. Du erhältst zwei MP, wenn du einen, äh, ein Gegner tötest. Das kann ich auch noch nicht. Du erhältst zusätzlich 24 Trefferpunkte, wenn du geheilt wirst. Gut. Machen wir. Ja, dann. Prinzessin, Kenny. Angriff. Was? Wir machen euch einfach fertig. Ähm. Erstmal gucken, der hat die Panzerung. Ich würde ja erstmal schön wegkloppen hier. Dann, was ist das da? Begleiter tauschen, Gegenstände, Verzauberung. Okay. Hat nur weniger Angriff. Ich dachte, der ist jetzt auf unserer Seite oder so. Wow. War das ein Nibble-Twister, oder was? Ha, 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 ha. Nein. Nein. Ihr Schweine. Du wirst du büßen. Au. Au. Was macht der? Nein. Ha. Was er gedacht war, du Sack. Ich kriege ich nieder, aber immer wieder seichte du. 84 ist krass schon, ey. Ein perfekter Angriff. Oh, Kenny ist wieder da. Das ist natürlich geil. Du brauchst Kenny nie heilen, ne? Help. Wir sind überrascht. Aua. Der hat mir ins Ohr gebissen. Soll ich jetzt nicht mal X machen. 75 angewidert ist schon, äh, 80. Jetzt bin ich natürlich besser angewidert. Standing down. Krass. Er kennt die ist ja natürlich geil. Der hält nicht viel aus. Bar officers down. Wir nehmen heavy casualties out here. Dammit, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time. Not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. Ach ja. Das Spiel ist toll. Und da ist es noch ein South Park, wie man es eigentlich haben wollte. So, dann müssen wir jetzt... Können wir hier rein? Nö. Hier war ja bewusst die Kammer und wir müssen hier rein. Den Messingschüssel. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge von South Park, The Stick of True. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr es nicht schon getan habt. Unterstütze mich und meinen Kanal und ihr verpasst natürlich keine zukünftigen Folgen mehr. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017